Grüß euch Freunde! Heute von einem der schönsten Plätze Wiens, der Strudelhof Stiege. Die Jugendstil Stiege wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und etwa ein halbes Jahrhundert später dann berühmt durch den gleichnamigen Roman von Heimito von Dodera. Dodera war der Urgroßonkel meiner Frau und er hat eine besonders schöne Sprache, der sich auch selbst bedient hat beim Sprechen und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider durch den frühen Tod des Germanistikprofessors Wendelin Schmidt-Dengler und möchte euch jetzt ein bisschen was von Dodera vorlesen. Dort oben, wo rechts die ockergelbe, einzeln und turbartig in den blauen Himmel hochgezogene Schulter eines kleinen Tief in sein inneres möbelhaftes Schweigen versunkenen Palais überstiegen und zurückgelassen wurde von einer hohen in Fenstestchen aufgelösten Baumkrone vor dem Sommerhimmel, dort oben schwank sich der Abgang zur ersten Rampe herein, würdig und ausholend in den baumreichen Hang mit flachen, nicht mit steilen, eiligen, mühseligen Treppen. Hier war empor zu schreiten, hier musste man heruntergezogen kommen, nicht geschwind hinauf oder herabsteigen über die Hühnerleiter formloser Zwecke. Das war selbstverständlich der Autor selbst, der hier die Beschreibung der Stiege aus dem Roman vorgelesen hat. Die Stiege spielt in dem Roman einen zentralen Ort, wo sich die Personen, die zahlreichen Personen in diesem doch etwas komplizierten Werk immer wieder treffen. Das Buch spielt kurz vor und kurz nach dem Ersten Weltkrieg und es ist deshalb relativ kompliziert, weil es sehr oft in diesen Zeiten hin und her springt und der Leser nicht immer gleich merkt, in welcher Zeit sich der Autor gerade befindet. Toder hat einmal in einem Interview gesagt, dass er nur über Personen schreibt, die er kennt. Und das Buch hat einige autobiografische Inhalte, glaube ich. Und ich habe das Buch auch zweimal gelesen, einmal als ein relativ junger Mensch und nachdem ich dann meine Frau kennengelernt hätte und sie mir erzählt hat, wer die Personen in dem Stück in Wahrheit sind, nämlich der René Stangeler ist Toderer selbst und seine Lieblingsschwester, die Asta Stangeler, ist tatsächlich seine Schwester. Und auf dem Foto sieht man sie und das ist eben die Urgroßmutter meiner Frau. Und mit dieser neuen Information habe ich das Buch dann ein zweites Mal gelesen und fand es natürlich gleich noch viel großartiger. Das Werk ist eine gigantische Klammer, denn es beginnt mit einem für Toderer typischen sehr langen Schachtelsatz, der einen Cliffhanger enthält, welcher erst knapp 800 Seiten später aufgelöst wird. Als Mary Cars Gatte noch lebte, Oskar hieß er, und sie selbst noch auf zwei sehr schönen Beinen ging, das Rechte hatte ihr, unweit ihrer Wohnung am 21. September 1925, die Straßenbahn über dem Knie abgefahren, tauchte ein gewisser Doktor Negria auf, ein junger rumänischer Arzt, der hier zu Wien an der berühmten Fakultät sich fortbildete und im allgemeinen Krankenhaus seine Jahre machte. Das Buch ist ein wunderschöner Großstadtroman rund um die Stadt Wien, Doderers Heimatstadt. Es kommen aber dann auch andere Gebiete der ehemaligen Kronländer vor. Es wird ein hochkomplexer Tabakschmuggel durchgeführt und es gibt dann auch immer wieder Szenen am Sommersitz der Doderers am Riegelhof in Prein an der Rax, der bis vor wenigen Jahren auch noch in Familienbesitz war und wir haben ihn auch besucht und es gibt dort auch Doderers Zimmer, das als Museum erhalten wurde und wo man auch seine Schreibutensilien besichtigen kann. Sind wir nicht aus dem Jahre 1911 herausgeraten und erheblich weit voraus, 1911 im Mai, als der noch 16-jährige Gymnasiast René Stangeler eben die Bekanntschaft des Fräuleins Paula Schachl gemacht hatte? Auch dieses gymnasiale Semester zog sich bis zum üblichen Ende hin und sogar ohne besondere Erschütterungen, Stöße und Sorgen, was die einzelnen Lehrgegenstände betraf und die Gefahr eines etwaigen Durchfliegens. Es war diesmal ein glatter, stoßloser Abschnitt und das Zeugnis in einer passablen Mittellage, wie übrigens die meisten Zeugnisse Renés. Und jetzt befand er sich seit dem Beginn der Sommerferien am Lande und auf der elterlichen Villa und die Zeit war mit immer den gleichen abschließenden Felswänden über dem Ende des Tals und immer den gleichen verdämmernden Bergen gegen die Tiefebene zu über die Mitte des August vorgeschritten. Manche Örter blieben für René noch von Teilen kindheitlicher Welthöhle umschlossen, wiesen noch Ausgedehntheit und Einzelheiten, die dem von außen her streifenden Blicke des Erwachsenden und Entwachsenden späterhin verschlossen sein sollten. Wie dem flüchtig dahinhuschenden Scheinwerferlichte, das alles Platz schlägt, die Höhlungen und Einsprünge und das Plastische einer Örtlichkeit überhaupt, etwa eines Dorfes oder Städtleins, durch welches nächstens das Fahrzeug gleitet. Jetzt aber öffnet sich noch manche tiefe Grotte knabenhafter Befangenheit grünleuchtenden Scheins unter gewissen Büschen und Bäumchen im Jungwald. Oder die trockene, von sommerlicher Weite abgewandte und doch vom Sommer durchtränkte Einsamkeit und Stille einer Bodenkammer, wo altes Werkzeug aufbewahrt wurde und sonst manches, was durch jahrelanges Liegen aus alt wieder neu geworden war und bei der Entdeckung durchaus so anmutete. Ich finde Dodaras Sprache wunderschön. Sie ist natürlich ein wenig in die Jahre gekommen. Und wie gesagt, durch den Tod Schmidt-Denglers ist Dodara nicht mehr so präsent, weil Schmidt-Dengler hat ihn verehrt und auch immer versucht, ihn zur Sprache zu bringen. Ja, wie gesagt, ein wunderschönes Buch, ein schönes Buch über Wien, über alte Zeiten und wer Zeit hat, der soll sich einmal ein bisschen hineinlesen. Danke fürs Zuhören. Ciao.